Hi Leute, ich bin Metal Mario Master und ich bin der Lani Roy, hey! Wir heißen euch, willkommen zurück zu Yoshi's Body World. Wir stehen vor Monty's Eisfest. Wuhu, schon wieder Monty, ich habe keinen Bock darauf. Los kommt, fangen wir an. Ja, das angehen. Bin mir schon kalt hier draußen, ich hab mich schon erkältet. Mein Gesicht sieht man dann schon. Moment mal, du bist grün und du bist rot im Gesicht. Weil ich krank bin. Duh! Willst du jetzt aufmucken, ey? Komm her! Du warst schon draußen ganz schön kalt. Ja, deswegen trage ich doch meinen Helm. Und wo hast du das nicht schon wieder aufgegriffen? Von den anderen YouTube. Ah! Und da ist auch schon tot. Ich bin nicht tot. Ich mach nur auf der Kamera raus. Wan auf Kamera. Wuhuu! 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 unsere nachbarn oben schon nicht umschreien sind in letzter zeit tun sie immer weil sie nicht ich glaube sie sind auch irgendwie hardcore zocker oder so ich höre ihn manchmal so schimpfwort nicht jetzt ja das ist mir jetzt auch pinguine kinder pinguine habe ich aber leider nicht zu hause ich auch nicht das habe ich meine zeit angemahe jede woche gut ist natürlich gar nichts mehr weil ich auch kriegen das ist die absolute viele sagen wir sagen sagen auf der richter weise zu speckig bin aber ich sage zu denen einfach nur leck mich ich lebe meinen körper schmeckt essen genau so gut ist ja warum schmeckt gemüse nicht recker und gemüse ist generell widerlich ich hasse gemüse es gibt nur zwei arten von gemüse ich komme ich hatte gerade meine ganze wolle weg genommen ja ich sehe die wolle da drin ich würde so so wie keiner von uns hat mich da reingehen nein 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 ich habe sie eingesammelt du bist du denkst mich nie hahaha hahaha jetzt war so was du hast du hast du hast du hast du ja so einen alten karton wo jemand so durch die wand irgendwie gerannt ist das soll sie nicht tun ich will sie dir ein opfer an da habe ich meine wolle verloren ja meine wolle wurde nur weiß pinguin geworfen ich wusste es dann noch das war sehr gut sehr gut ich rette dich den pinguin aufwerfen hat nicht geklappt der fall zeigt nach rechts und dann gehen wir dann links logische schlussfolger präsentiert von meinem magnet oder die blume erwischt jetzt war ich runter ich habe alle herzen für wie lange und ich mache ein bisschen nachher was sagt wo die peter dazu sagen daumen auf abonnieren abonniert dann hier und mit dem anwesen hatte was bitte vor gefährlich aus da ist doch noch was ich weiß ich gehe noch gar nicht getroffen möglichkeit ich habe es gewusst ich habe es gebrochen meine riesen ich glaube wir haben bisher alles mal gucken außer wir haben jetzt eine wolke verpasst was machst du das war beteiligt als 20 herzen man da wollte ich nicht stehen ich bin gerutscht ausgerutscht und ausgerutscht ausgerutschen hingefallen dachte ich werde unter dem rechten steht dann sehe ich auch einmal aber warum bin ich meine mitte da ist kein loch in der mitte wenn sie irgendwie alles an wieso remix aus anderen mario spiel bin ich mir nur ein ich glaube das bist du dir ein ich habe es gesehen nur ein ding warum die denn auch ja 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 ich glaube ja mehr ein ding fehlt uns glaube ich noch jetzt hier noch eine worte jetzt wolle jetzt zu ende ist natürlich zu ende ich habe mal nicht eingesammelt da ist es sehr gut der mund gehabt ja ich habe auch bei dem mund dann auf die pflanze geworfen wir machen ja keinen schaden machen auch keinen schaden sind auch nur dazu da um uns zurückzustoßen kommen wir gehen rein haben wir unseren kumpel monti auf die fresse ist er dafür haben was kommt ja auch noch ja es kommt ja auch noch ein boston war wenn man sowieso nicht mit 20 hier schon wieder wie sollte es euch an wie sollte es auch anders sein aber ich werde meinen mädchen an euch kühlen ja ist auch kalt so funktioniert einfach abläuft so ist das eine versuche an die decke zu drücken da tut doch gar nicht weh man das tut leider extrem weh das war überfordert voll einfach im gegensatz zu den anderen bossen ja okay 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 es ist nämlich voll an ich bin ja da ist er schon wieder das ist schon das dritte mal wo wir gekämpft haben ja was wird mit der zeit einfach nicht besser ja wir haben ja wir haben wir haben joshi ja also sollen wir uns einen neuen joshi zusammen häkeln ja 90 stecker feuerbelonen im überfluss wieder eine den ich hatte nur im blau weiß joshi wurde wieder zusammen gehäkelt ich bleibe bei winter joshi ist es mir blauer die süß können wir ihn warte lawinen lawinen aus watte feuer melon bis zum abwinken der level wird abgeschlossen der level wird abgeschlossen dass sie jetzt schafft ihn nämlich der ist so schwer hier bitteschön wir müssen uns doch nicht gefallen lassen ja oh nein und das ist nun bei der labine ausgelöst glaube ich habe sie alle und ja du monster ein lebendigen leibiger vergraben und am eis da mal da unten geht es kann man da runter nein das ist abgrund doch ich war diesen ein anstecker rund hilfe vorsicht dieser schalke versuchung bei den leibigen zu begraben ich glaube ich war noch warte deswegen sehen sollte das aber auch darum möchte ich bitte eine zeit löschen schnee man einfach im kopf kopf wird cockpits hier abgeschossen aber hey warum wollen wir dann mal weiter gehen aber ich habe schwer dass wir geschnappt dann war es vielleicht noch eine fläger noch ist der hat man mit freder machte mal so zentrieren was kann du hast keine wurde noch ein apfel hatte ich wieder gefahren habe ich schon wieder gegessen ich konnte mich nicht versehen mit elke zu zentrieren ja da muss ein geschenk gesehen bist du einfach einfach nur so zwei hände aus dem boden runter gezogen ja du siehst mich nicht dass wir nicht sehen gut ich kann nichts dagegen tun haben wir alles ich habe mich beim rücken gekriegt ja ja lüge lüge also vorwart gemacht nein nein es kommt der oder ich habe seine wohnen er hätte gewollt dass ich ohne ihn weiter die weihnachtliche musik ja das ist ja eine winter welt hier winter wonderland ok dieser schneemann sie sieht ein bisschen kühlt wie aus verdammte scheiße ich sehe ich den noch mal sehr wir versuchen seine volkskörpern ich hier mal eben ein bisschen umschauen ich habe es mir doch gedacht ich habe es gerochen meine nase ich hab dich so lass uns weitergehen auch ohne spiel oh mein gott peter wäre stolz auf uns lala lala und wie ist so ich töte viele zeug das riesengesehen da ist schon nix oder wir schaffen es nicht egal ist lustig wir sind die mächtigen power rangers ja wir haben unser mega seit gerade wo ja mighty morphing joshies rangers wir werden euch jetzt alle töten und was machst du heute noch so ich auch wollen wir es zusammen tun ja genau da war der ausgang ja wir haben alle worte und lassen haben wir nicht werfen ja haben affen im mund das war ich glaube wir haben die blume vergessen ja haben wir scheiße 23 minuten jetzt noch ein level aber wir haben alle wolle 20 jahrzehn gut ich sehe schon das wird ein langer teil fürs backtracking ja uns einen tag hinsetzen und einfach nur backtracking machen ja irgendwie wir haben wir haben 690 stempel auf mir gefunden da bekommen wir neue stempel geil was wir noch schon wird es eine reise eine sache noch besser aus stern joshie alter ja meiner wir sind auch besser aus sagen ade winter joshie aber ich mag dich auch winter joshie also wie dunkelblau der einweist ist nicht den faden verlieren verstehe verstehe faden 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 ja wolle mamma ja fantastico so hat man noch keine pistole journal so hält man eine pistole wo du kommst und schau dir das an mamma mia ja so hat jetzt ich bin stern joshie guck dir meine sterne an schau ich war jetzt gut wenn wir sehen da würde ich vielleicht nicht hin wenn man als wichtig vergleiche oder doch denke ich mal und nein das ist wieder so ein level das könnte verwirrend werden wer so wirklich dieser part nicht schon lange also das ist nämlich nicht so einfach dass ich mich schon ganz schön lange naja ich glaube wir sollten das doch noch nicht machen ich habe keine ahnung wo wir sind ich will ja auch nicht hier wäre aber aua dieses lustig wenn du kann die mero hat wir sollen eine eierschaltung wir auch auf dem kopf hier ist ein checkpoint also ich denke mal dass wir hier richtig sind wo kann man sonst sagen ja schon irgendwie zurückkommen sicher ich bin ja nämlich absolut unsicher schätze ich mal ich komme da bestimmt wieder ganz zurück naja da kommen wir noch mal gucken wir sehen auch hat es ist nicht ich mag es nicht aber eine schöne musik hat es gibt ja schon wieder zwei türen die wir hier rein wenn mal waren wir doch haben wir da oben warte ja waren wir keine ahnung was wir haben keine ahnung wo wir sind wir sind wieder am anfang dann gehen wir mal oben lang nehme ich an das level ist und wir gehen jetzt hier oben hin und aktivieren schon mal den chip point ja da ist irgendwas aufgeploppt irgendwas ist aufgeploppt und so einen langen gehen sollen wir hier lang gehen wir machen ja ich glaube hier waren wir noch nicht nein was glaube ich sehe ich jetzt wieder am anfang ich kriege ich einen knall der partei schon lange aber sagen wir haben schon 40 minuten da sind wir wieder hier doch aber was ich mal hier reingehen nein nach oben wo die freiheit grenzenlos ist da oben wartet die freiheit auf uns dann haben wir schon die zweite blume das ist doch schon mal manchmal nein nein da gebe ich durch einhersen er squad auf dem rechtschen wo ich gerade war da kommen wir wieder nachhören wenn wir jetzt hier unten rechts dann gehen wir sind wir hier da waren wir doch schon ich weiß schon ich keine orientierung habe ich weiß dass du keine orientierung hast dass der orientierung genauso groß ist wie überfahren ist eigentlich hörnchen was nicht so groß ist ja das ist nicht groß aber ich glaube ich weiß was wir tun ich habe schon keine ahnung mehr wo wir sind oder mit das weiß ich habe überhaupt keinen plan ja ich komme dahin irgendwie muss man gekommen irgendwie ja wie fühlt sich bei der rohme Nein. 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 Ja. Ja. Sollen wir das Level doch noch beenden? Ja, können wir mal. Wir beenden das Level und machen das im nächsten Part. Weil wir sollten uns auch erstmal schlau machen, wie wir hier überhaupt durchkommen. Ja. Wir haben ja schon irgendwie geschaffen. Weil ich habe nämlich gar keine Erinnerung an dieses Level. Gut. Aber was hast du für diese Folge, ne? Ja. Wir haben dieses Level noch nicht gemacht. Nicht den Faden verlieren, weil wir haben den Faden verloren. Faden verloren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Yoshi's Money World. Bis dann und ciao. Bye bye. Bis dann. bitch interfaith Untertitelung des ZDF, 2020